War einfach nur n'n schlechter Fick? Ist das in Ordnung? Könnt ihr damit was anfangen? Er ist einfach nicht gut gewesen. Er ist alt und so alt sieht's bei ihm auch unten aus. Er ist labbrig. Er bekommt höchstens noch nen Halbweichen. Aber auch nur, wenn der Tag wirklich gut ist. Also entweder geht ihr zur verschissenen Seherin oder zum Alchemisten oder bekommt nen blauen, riesig großen Trank oder es ist nicht mehr machbar. Könnt ihr mir jetzt folgen? Es geht nicht anders. Er ist alt! Und dann... Und dann nehmt doch selber was! Mann! Sauft euch nicht so die Hucke voll! Bekommt euer Leben in den Griff! Macht einfach alles, was ihr gerade nicht tut! Egal was ihr tut, ist es besser als das, was ihr halt tut! Ich kann nicht mehr! Ey, wisst ihr was? Die Neuwahl heute, die kommt mir echt gelegen! Ich hab keinen scheiß Bock mehr! Ich bin fertig! Mit euch allen! Warte, warte! Das ist auf dem Weg! Das hilft dir! Jawohl! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Was... Was... ...geht... Ich konnte es auch fühlen, goodnight! Das freut mich, das freut mich! Ich wünschte... Ich sag's nicht! Ich sag's nicht! Ich wünschte, ich hatte auch was gefühlt! Gut! Ähm... ... Vielen Dank.